Auf welcher sind wir denn überhaupt? Auf der, oder? Auf der? Auf der 2? Ich sag's halt. Gibt's denn da ein Wunder-Elixier, damit Maxis Brüste schneller wachsen? Nee, leider nicht. Maxis, tut mir leid, aber das ist ja auch so eine Sache der Vererbung. Also guck einfach mal bei deiner Mama. Ja, also wenn die ordentlich Holz vor der Hütte hat, dann hast du richtig gute Chancen, dass das bei dir auch noch passieren wird. Ich muss sagen, ich hab darauf auch gewartet, aber es hat nicht ganz geklappt. Leider nix zu holen. Das... also von mir, wenn ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung... Aber nicht so schlimm. Ja, du hast ja noch viele Körperteile, die du gut finden kannst, die bestimmt an dir auch richtig schön sind. Ich mag jetzt zum Beispiel meinen Po. Ich auch. Jenny will wissen, wann sie sich ihren ersten BH anschaffen kann. Das ist so ein bisschen schwierig, Jenny. Also das ist bei jedem auf jeden Fall anders. Aber fang doch einfach mal an, dich auszumessen. Es gibt ja diese ABC-Körbchengrößen. Ja, das sind halt diese Cups, wie man so schön sagt. Und dann brauchst du den Brustumfang. Das ist die Zahl halt vor dem Buchstaben. Und die messen wir jetzt mal aus. Sören, möchtest du gerne mal Hand ansehen? Ich möchte gerne mal. Und wichtig ist es beim Brustumfang, dass man den direkt unter der Brust misst. Und bei dir ist es 76. Ja, das passt. Ah, okay, Hängeswüste. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Zum Beispiel Sport. Ja, du nimmst einfach so zwei riesen Wasserflaschen. Ungefähr anderthalb Liter. So, die Arme 90 Grad gebeugt. Und drückst die Arme ungefähr 50 Mal zusammen. Ja, das nennt man zum Beispiel im Fitnessstudio auch Butterflies. Dafür gibt es auch ein Gerät. Und dann kannst du dem so ein bisschen entgegenwirken. Eure Frage war dieses Mal nicht dabei. Macht nichts. Schreibt sie einfach hier unten in die Kommentare. Oder schickt uns eine E-Mail und dann beantworten wir sie das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut. Hier findest du alles zum Thema Brüste. Also klickt mich an. Und alles über den Penis erfahrt ihr hier bei mir. Klick, 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 klick. Team Penis, klick hier. Hier. Brüste. Möpse.